Wo ist Tommi? Sorry, Tom! Wie war die Frage? Angriff der Fragen! Googelt euch bitte mal! Okay! Was ist los? Ich hab mich gegoogelt! Cool, ich hol auch mal! Die Fragen haben euch nun schon so oft angegriffen! Wann startet ihr einen Gegenangriff? Ja, ist ja okay! Guck mal hier! So hier! Das setzt du mal auf! Bisschen grimmiger gucken! Ihr wisst schon, dass ich das noch gar nicht... Und das hältst du einmal hier fest! So! So! Alles klar! Das machst du schon! Aber ich hab doch noch gar keine Ahnung, was ich! Ich habe im Real Life so einen miesen Level Down zu Menschen bekommen! Wisst ihr, wo ich einen Rollback herbekomme, um wieder zu restaten? Ich hab keine Ahnung, was du redest! Aber hast du schon mal versucht, einen Mulligan zu nehmen? Und wenn das nicht funktioniert, dann drück ich einfach Alt-String entfernen! Und dann sind alle deine Probleme gelöst! Ich hab eine Frage! Wieso? Das frage ich mich schon seit 2004! Was fragst du dich seit 2004? Wieso? Ja, ich würde sagen, da können wir ja mal drüber diskutieren, Leute! Can! Wieso? Was weißt du? Demnächst! Stimmt es, dass wenn ein YouTuber furzt, tödliche Gase entstehen? Brrrr! Hey Tom, hier ist das so... Boah! Hast du einen fahren lassen? Ja! Was ist das für eine Sirene da draußen? Hm, da brennt ein Kaufhaus! Och, Krimi! Oh, ich bin... Ich guckle mich mal! Hey! Was passiert, wenn man's gliffen piekst? Das wissen wir nicht! Ey, ey! Ich könnte das ja mal probieren! Oh, das wär cool! Das ist cool! Ich bleib genau hier! Was soll's lassen? Und? Und? Ich hab nichts gemacht! Oh! Hallo Jungs! Niemand verletzt meine körperliche Unversehrtheit! Wenn eure Videos eine Altersbeschränkung hätten, welche wäre das? Minus 3! Aber eigentlich sind wir doch 14! Und ich bin 12! Ich habe letztens bei einem seiner Meinung seriösen Typen Half-Life 3 vorbestellt! Nur 99,99 Euro! Ich freu mich jetzt schon! Hm, bei einem dubiosen Typen vorbestellt! Ja, hab ich doch auch! Bei dem da drüben! Echt? Ja! 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 Was ein funny Idiot! Hm, dubios! Hey, hast du mit jetzt noch einen 5-Stunden? Hm! Ich soll eine Frage stellen! Welche denn? Moment! Du willst uns eine Frage stellen, aber du willst wissen welche, aber damit hast du uns doch schon eine Frage gestellt! Scheiße! Was? Was? Das geht doch gar nicht! Habt ihr je den Gedanken gehabt, Apple-War zu beenden? Ja, also genau genommen? Bist du ne Bitch und keine Whore? Dann abonniere Apple-War! So, wenn euch das dir gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen auf! Und verbrennt es auf Instagram, Twitter und Facebook! Und hier kommt es in den letzten Apple-War und jetzt von den letzten Funpanks! Das war's von uns! Ihr macht ein Abo, wir machen Abgang! RARDOOOH!!! RARDOOOH!!! HELLOOK! RARDOOOH!!! RARDOOOH!!! Das war's von mir! Das war's von mir!